Wir von der Baumdgm wurden ausgezeichnet als Fokus-Wachstum-Champion 2024. Was das bedeutet, warum das so besonders ist und was du daraus lernen kannst, das erfährst du jetzt in diesem Video. Plus, ich habe noch einen Bonus für dich und zwar, wenn du auch Lust hast zu wachsen, dann solltest du bis zum Ende des Videos dranbleiben, denn da gibt es was Besonderes. Wachstum-Champion, was bedeutet das jetzt? Das Fokus-Magazin, kennst du wahrscheinlich, verleiht jedes Jahr ein Award an die 500 wachstumsstärksten Unternehmen in Deutschland. Und das ist kein Award, den man kaufen kann, sondern man muss sich darauf bewerben. Das heißt, man muss sich als Unternehmen bewerben und man muss auch Umsatz zahlen, Zahlen vom Steuerberater einreichen, die dieses Wachstum, den Umsatz bestätigen. Das Fokus-Magazin bekommt tausende über tausende Bewerbungen eben aus ganz Deutschland, prüft die und kürt dann eben eine Liste mit den 500 wachstumsstärksten Unternehmen aufgeteilt nach Branchen. Und wir haben in der Kategorie Unternehmensberatung eine Spitzenplatzierung bekommen. Das ist auch öffentlich einsehbar. Das heißt, du kannst ganz einfach googeln, Baumdeck GmbH Wachstum-Champion 2024 und kommst auf die Seite vom Fokus-Business-Magazin. Und da siehst du in der Kategorie Unternehmensberatung, dass wir den zweiten Platz gemacht haben. Jetzt sagst du vielleicht, ey Torben, ja, ihr habt aber nur den zweiten Platz gemacht. Ja, das stimmt, aber schau mal genauer hin. Über uns ist nämlich eine Firma, eine Unternehmensberatung, die Unternehmensberatung für den Mittelstand anbietet. Das heißt, etwas komplett anderes als das, was wir machen. Denn wir konzentrieren uns ja darauf, einen Online-Shop von Null an, eben ein Unternehmen, ein Business aufzubauen, so, dass man es einfach neben dem Job führen kann, damit Umsätze macht und das Ganze Vollzeit betreiben kann. Das heißt, eben langfristig seinen Job kündigt. Das heißt, dass wir in unserem speziellen Themenbereich, starte dein Business, starte deinen Online-Shop ohne eigene Produkte, die Nummer 1 Beratungsfirma sind. Und das ist nicht das einzig Besondere, sondern das weitere Besondere ist, dass wir die allererste Firma, die allererste Beratungsfirma in ganz Deutschland sind, die Beratung für Online-Shops ohne eigene Produkte anbieten und als Fokus-Wachstum-Champion ausgezeichnet wurden. Neben dem Award, den du gerade gesehen hast, gibt es dazu noch eine offizielle Auszeichnung, die man sich eben auch ins Büro hängen kann. Und logischerweise habe ich das nicht alleine gemacht, sondern mit unserem Team. Das heißt, ein 20-köpfiges Team steht dahinter, das jeden Tag seit Jahren hier Gas gibt, Fortschritt vorantreibt, Kunden unterstützt, Kunden erfolgreich macht, das dazu geführt hat, dass wir Fokus-Wachstum-Champion geworden sind und jedes Jahr um 130% wachsen konnten. Und darauf bin natürlich ich unglaublich stolz. Aber was kannst du jetzt daraus mitnehmen? Naja, Punkt Nummer 1. Wenn du einen Partner suchst, um dein Business von Null an zu starten, Null an aufzubauen, dann sind wir definitiv der richtige Partner dafür. Denn, du hast es vorhin gesehen, Fokus-Wachstum-Champion, wir kennen uns aus mit dem Thema Wachstum und vor allen Dingen ein Business von Null an zu starten. Du kannst uns vertrauen, das haben wir bereits hunderte Male gemacht im Bereich Online-Shop, tausende Male, bereits über 2400 Online-Shops und vor allen Dingen Erfahrungen durch unser eigenes Unternehmen. Ansonsten wären wir nicht Fokus-Wachstum-Champion 2024 geworden. Und wenn du auch mit deinem Business wachsen willst oder starten willst, dann solltest du dir unbedingt unsere kostenlose 5-Tage-Dropshipping-Ausbildung anschauen. Werde ich dir unter dem Video verlinken. Dort schaffst du es, mit nur 30 Minuten am Tag innerhalb von 5 Tagen dein Business zu starten.